So, jetzt sieht man, wie einer das FDP, ja vom FDP, die zwei jungen Herren, mit der AfD-Plakate. So, jetzt kannst du mal ganz schnell losfahren und ich spiel'n bis so. Sie haben das Recht nicht. So, jetzt kannst du mal ganz schnell losfahren und ich spiel'n bissehnte und ich spiel'n bissehnte und ich spiel'n bissehnte.